Vollgas mit Freunden. Das Duell. Rennfahrer gegen PS-Profi. Zwei harte Kerle und noch härtere Zweikämpfe. Das gibt's doch nicht. Fuck! Vorwärts ist ja okay, aber rückwärts. Der hat doch noch einen Joker gesetzt. So eine Scheiße, Alter. Das ist Polizei. Das ist volle Chaos jetzt. Meine Fresse ist das hier im Verkehr. Servus! Spanien. Hier steigt das XXL-Duell. Hier will PS-Profi Sidney zeigen, was er drauf hat. Willkommen in Barcelona. In der Metropole werden Sieger gemacht. Messi, Ter Stegen und jetzt Sidney. Es geht wieder um PS-Profis Vollgas mit Freunden. Also Vollgas ist hier. Jetzt fehlt nur noch der Freund. Ich habe mir auch einen sehr speziellen Freund ausgedacht diesmal. Und zwar habe ich den Manuel Reuter eingeladen. Ein harter Brocken. Manuel ist zweifacher Ex-Le-Mont-Champion, gewann die 24 Stunden vom Nürburgring und fuhr mehr als 200 Rennen in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft. Lustige Mischung. Aber zu verlieren ist nie lustig. Der ehemalige Pilot ist sogar den Ironman auf Hawaii gelaufen. Dennoch ist Sidney in Siegerlaune. Der Vorteil für mich ist, er ist schon etwas älter. Heißt, vielleicht ist er aus dem Training raus. Ich will ihn am besten mal anrufen, wo er sich rumtreibt, weil die erste Challenge wartet ja schon auf uns. Also? Ich habe ihn sogar mit Racer gespeichert. Das kann einer unter Beweis stehen bei der Challenge, ne? Geh doch ran. Ich glaube, du bist so schnell. Ah! Manuel, was geht ab? Ja, jetzt! Mensch, schnieke siehst du aus. Was ist morgens? Edel. Ja. Kennst du, oder? Ja, ich meine, du siehst aus wie der Transporter, aber hey, super. Sag mal, wo bist du? Du, ich bin gerade mal los und hol das Auto. Du weißt damit, was ich komme, ne? Ich denke mit einem schnellen Auto, hoffe ich für dich. Ja, mit einem neuen Cupra, mit einem kleinen Ateka. Wird eine Waffe werden, wir sehen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Also pass auf, wir treffen uns auf der Rennstrecke, okay? Mal schauen, wer zuerst da ist, ne? Mit Sicherheit ich, wa? Also warte, warte, ich will dir was zeigen, warte. Warte, 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 warte. Siehste, Nummer eins. Gewöhn dich dran. Der erste Loser. Bis klar, ich freue mich. Tschüss. Läuft doch. Wunderbar. Würde ich sagen, jetzt brauche ich meinen Shuttle. Von der Eins konnte Sidney bisher nur träumen. Bislang hat er jedes Duell verloren. Sidney. Hier hat Lon. Wie es mir gefällt. Nicht schlecht denn. Ich hab gewonnen. Lächeln. Doch diesmal geht ein Ruck durch ihn und er hat gegen den 56-jährigen Manuel vielleicht eine Chance. Ne, 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 ne. Auf so Almosen brauche ich nicht reingehen. Ne, ne. Ich weiß, dass ich besser bin. Drücken wir ihm die Daumen. Das Gigantenduell beginnt auf einer Rennstrecke am Rande von Barcelona. Renngerät ist dieser neue Cupra. Das Hochleistungs-SUV ist völlig neu auf dem Markt. Abgefahren. Der Sidney. Der Manuel. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Wieso hat der denn schon wieder so eine Karre am Start? Und wieso ist der schneller? Can we drive faster? Just a bit. Just chasing him. Na? Bit faster. Just bit. Sidney kommt das jetzt schon spanisch vor. Hoffentlich kein schlechtes Omen für die bevorstehenden Challenges. Ex-DTM-Pilot Manuel ist als Erster am Ziel. Der Gentleman will bereits eine erste Duftmarke setzen. WNPS-Profi zeigen, wer in Spanien der Stier ist und wer der Torero. Typisch Rennfahrer eben. Manu! Hey, Alter! Was geht ab? Alles gut? Du, ewig her, oder? Ja. Schön, dass du den Weg gefunden hast. Geile Location. Ich hab mich ja nicht ohne Grund eingeladen, ja? Es geht natürlich um Autofahren, ja? Und schnelles Autofahren. Deswegen hab ich uns das Ganze, diesen ganzen Circle hier, hab ich uns hier gesichert. Nur für uns. Der Circuit Parkmotor Castioli ist knapp vier Kilometer lang und in Teilen der Nordschleife vom Nürburgring nachempfunden. Und die ist jetzt was Besonderes, weil du siehst, sie ist quasi top secret. Aber für uns wird das aufgemacht, das Tor. Und wenn du drin bist, kommst du nur raus, wenn ich das möchte. Schauen wir mal. Schön, ne? Wird schön, glaub mir. Jetzt bringen wir deinen Hobel da mit rein. Schickes Auto hast du da. Genau. Und damit wollen die beiden sich jetzt duellieren. Unter der Motorhaube des Cupra Ateca schlummern satte 300 PS. Ein SUV, das konsequent auf Sport getrimmt ist. 247 kmh bringt es auf den Asphalt. Also ein echter Racer für die Straße. Den gibt's ja noch gar nicht in Deutschland. Und wir dürfen jetzt wirklich mal damit spielen, fahren, machen, tun, was wir wollen. Voll geil, oder? Da wir jetzt so eine geile Rennstrecke hier haben, wir müssen sie auch auskosten. Wir müssen sie probieren. Das könnte mit Allradantrieb und 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe richtig heiß werden. Jetzt hast du mein Leben in deiner Hand. Vor der ersten Challenge lassen die beiden es krachen. ESP aus und Feuer. Der Härtetest. Lässt der Wagen Racing zu oder bremst die Elektronik das SUV aus? ESP jetzt aus? Ja, er regnet nicht. Oder? Ja. Und er regelt dazwischen. Ey, ist gut. Ey, das ist ja mal geil. 300 PS macht schon Laune. Also in SUV. Überrascht. Positiv überrascht. ESP regelt nur im absoluten Grenzbereich. Auch neu, Cupra, die PS-starke Linie von Seat, hat sich unabhängig gemacht und ist nun eine eigene Marke. Und das SUV hat PS. Vergleichbares gibt es für 43.000 Euro nicht. Ich meine, einstimmend, dass Sie jetzt zu Cupra geworden sind. Sie haben das ja komplett zu Cupra gemacht. Das ist ja kein Seat. Okay. Wahrscheinlich können Sie jetzt kompromissloser agieren. Für so einen kleinen SUV, ne, ist das schon mega. Der Punch, ne? Ja, den kannst du richtig gehen lassen. Der Manuel hat ja auch schon den Wagen echt rübergehauen, ne? Ich meine, wann fährst du schon mal mit so einem Le Mans-Gewinner durch die Gegend, ne? 1, 2 Situationen waren da so, da denk ich mir, uh. Aber, ich meine, wenn er nicht wäre, dann. Fünf Runden nimmt Manuel den Ateca richtig ran. Die Brembo-Bremsen scheinen nicht müde zu werden und werden nicht weich. Fading, Fehlanzeige. Wir fahren hier mit so einem kleinen SUV. Wie die Sau. Aber wirklich. Es gibt im Moment nix, es ist wirklich nix, was so performt. Und deshalb ist Manuel jetzt auch heiß auf Sydneys erste Challenge. Der Titel, die heißen Reifen von Barcelona. Wir sind ja nicht zum Vergnügen hier, ne? Wir machen hier ein richtiges geiles Race. Vollgas mit Freunden. Ex-Rennfahrer Manuel Reuter gegen PS-Profi Sidney Hoffmann kann Sidney im vierten Anlauf das XXL-Duell erstmals gewinnen. Los geht's. Around Barcelona machen wir fünf Challenges. Fünf? Fünf Challenges. Bei diesen Challenges gibt es eine Besonderheit, das habe ich jetzt neu eingeführt. Und zwar hast du einen Joker. Und ich auch. Okay. Und wenn du diesen Joker setzt, in dem Spiel oder dieser Challenge, wo du meinst, du gewinnst, dann zählt der Punkt, den du bekommst für die Challenge, doppelt. Not bad, ne? Das ist cool. Wenn du verlierst, hast du einfach den Joker verspielt. Le Mans Sieger, also größten Respekt vor. Aber das ist ja auch zum Glück schon lange her. Das heißt, vielleicht ist er ein bisschen eingerostet, fährt ja auch nicht mehr aktiv, ist auch schon bald alt. Und wer will nicht einen Le Mans Sieger besiegen? Also, dann habe ich auf jeden Fall einen Haken bei mir. Doch an dem zweifachen Le Mans Sieger sind bisher nur ganz wenige vorbeigekommen. Und Manuel ist heiß auf Challenge Nummer eins. Das ist unser Rennkurs. Ich will jetzt mal so ein bisschen, dass du dich heimisch fühlst. Also, du fährst mit im Auto hier durchs Tor, fährst deinen Salon-Parcours, fährst hinten durch die zwei Reifen, auch komplett durch. Dann fährst du rückwärts den Parcours und wenn du hier erst wieder genau so hier bist, also mit der Stoßstange durchs Tor bist, stoppe ich die Zeit. Jeden Stapel, den du berührst, zwei Sekunden Strafe. Zwei Sekunden? Ja, weil es zwei Reifen sind. Das muss ja auch wehtun. Genau. Und da das Racing ist, setze ich direkt meinen Joker. Ehrlich? Soll ich meinen auch nehmen? Das wäre natürlich witzig. All in. Aber weißt du was? Ist ja viel witziger, wenn du da nimmst und ich mach dich trotzdem platt. Ich denke, da habe ich eine gute Chance bei der Challenge, weil ich meine, welcher Rennfahrer fährt schon gerne rückwärts? Keiner. Und die lernen es ja auch nicht. Also die sind ja immer nur vorwärts, vorwärts, vorwärts. Aber er weiß natürlich, wie ein Auto funktioniert und wie es reagiert. Dass er jetzt seinen Joker gesetzt hat, ja, hey. Ist ja auch so witziger, wenn ich jetzt doch gewinne. Was ich gar nicht ausschließe. Und er hat seinen Joker verballert. Manuel geht gleich aufs Ganze. All in. Obwohl er Schlangenlinien fahren früher nur von der Fahrt zur Startlinie kennt. Und Slalom. Vorwärts ist ja okay. Aber rückwärts? Ich weiß auch gar nicht, fahre ich jetzt rückwärts mit links oder mit rechts? Also ich glaube, das mache ich jetzt intuitiv. Aber wenn ich nachdenke, wird es sowieso nichts. Attacke. Ja, not bad, not bad. Manuel gibt richtig Gas. Der Gentleman will sich gegen Sydney nicht blamieren. Und er könnte mit seinem Joker hier bereits 2 zu 0 in Führung gehen. Ja, nicht schlecht. Jetzt rückwärts. Bei 17 gehen wir rückwärts. Ich hab ja noch den Joker gesetzt. So eine Scheiße, Alter. Das ist nicht einfach. Das ist so feinfühlig, musst du da durchgehen. Siehst du, der Radius wird immer größer. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. 42,09. Das ist echt gut. Aber war schwer. Boah, rückwärts. Ich bin total verspannt, du. Ich brauche einen Physio. Scheiße. Das sind Rennfahrerfrauen, weißt du? Oh, ich brauche einen Physio. Ich habe meinen Kopf ohne Hans. Das Handling vom Cupra war gut. War überrascht. Weil es ist ja doch ein kleiner SUV, bisschen höher. Aber Leistung, Handling, Feedback war gut. Ja, das sind's. I wish you all the best. Also. Jetzt ist Sydney dran. Kann er die Zeit des Le Mans Siegers toppen? Okay. Also. Ja. Drei, zwei, eins. Der PS-Profi ist hochkonzentriert. Bislang kommt er an den Hindernissen gut vorbei. Boah, ist das knapp. Ah, zwei Sekunden. Sydney zeigt Nerven. Das fängt ja gut an. Beim Slalom rückwärts darf ihm jetzt kein Fehler unterlaufen. Und er muss trotzdem schnell sein. Schwierig. Gut. Sydney kämpft. Mit der Lenkung, mit der Übersicht und mit den Reifenstapeln. Aber reicht es bei zwei Strafsekunden? No way. Hehehe. Hehehe. Pieve. Das war auch Kacke. Der Start war scheiße. Ja, war bei mir auch. Ja, aber ne, 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 ne. Und plus zwei. 48,4. Ja, aber ich muss dich ja in Sicherheit wiegen. Komm, mach weiter. Mach weiter. Mach weiter. Ja, das mit dem Joker war eine scheiß Idee von mir. Durch die 2 zu 0 Führung habe ich natürlich noch einen Vorteil, weil er jetzt will liefern und ich bin ganz entspannt, das muss er erstmal aufschließen. Ex-Rennfahrer Manuel gewinnt das erste Vollgas-Duell und führt nun wegen seines Jokers mit 2 zu 0. Die nächste Aufgabe, die Segway Challenge, führt die beiden ins Herz der katalanischen Hauptstadt. Hier muss Sydney dringend punkten. Bist du schon mal Segway gefahren? Ne, noch nie. Gut, ich auch nicht. Wunderbar. Gleichstand. Das nächste Renngerät. Spitzengeschwindigkeit 35 kmh, Gewicht 60 Kilo. Möglicherweise setzt Sydney hier seinen Joker ein, um gleichzuziehen. Ein Instructor erwartet die beiden bereits. Your first time on a Segway? Yes. Can you practice some sports? No. Okay, perfect. He's a race driver, so he's... Former, former. Perfect. Former. Okay. Zu Beginn gibt es erst einmal eine Einweisung für die beiden Kampfhähne. Angeber. Wer kriegt das rund 3.500 Euro teure Elektro-Zweirad besser in den Griff? Als erstes werden wir jetzt ein bisschen üben, ja, wir werden ein bisschen trainieren, so ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Und danach werden wir dann die Challenge erklären. Also ich werde es dir erklären. Ich nehm blau. Ich nehm... Blau. Weiß. Seh ich scheiße aus, ey. Ja, hast du recht. Alles halb so wild, erst einmal rauf auf den Zossen. Ich ärgere mich, warum ich in meinem Leben noch nicht Segway gefahren bin. Wie bescheuert ist denn das? Aber so eine schlechte Figur machen sie gar nicht. Grüß dich gut an. Sie fragen nur, was die Challenge ist. Check, tschakka. Is there any checks? No. No checks? No tricks. So, Challenge. Du siehst ziemlich beknackt aus. Gleichfalls. Also, da vorne fangen die Bahnen an, ne? Siehste. Ja. Ja. Es gibt die Nummer 3 und Nummer 4. Das sind unsere beiden Bahnen. Auf der Mitte der Bahn. Und dann machen wir 5 Liegestützen. Okay. Aber echte, keine Frauenliegestützen, ja? Also auf der Faust. Nicht in den Knien. Okay. Ich sag's ja nur. Weil bei Rennstörer ist immer so eine Sache. Okay, nochmal Liegestütze. Raufschmeißen wieder. Dann fährst du hier rum. Ja? Ja. Und dann geht Slalom um die ganzen Götter. Also von hier anfahren, von links anfahren. Slalom bis runter. Ja. Dann. 40 Meter Marke. Ja. Fünf Männer Liegestützen. Und durchs Meter Ziel fahren. Okay. Passte. Ready to rumble. Ready to rumble. Ich krieg schon wieder Kopfschmerzen. Taffe Nummer. Ich weiß noch, nachdem du Liegestütze gemacht hast, weiß ich nicht, wie es im Gleichgewicht dann ist. Also, ja, ungewiss. Ausgang ungewiss. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Der ist einfach doppelt georglich. Ja? Und das ist meine Generation. Und das ist meine Generation. Ich werd' ihn nass machen. Three, two, one. Startschuss. 40 Meter. Alles rausholen, was geht. Dann runter vom Sofa. Und fünf für Deutschland. Sidney pumpt wie verrückt. Und ist als erster fertig. Geht in Führung. Was ist los? Doch dann lässt der Ex-Rennfahrer Sidney stehen. Das gibt's denn nicht. Beim U-Turn liegt der PS-Profi vier Meter hinter ihm. Ist das schon die Vorentscheidung? Fuck, Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Manuil schiebt das Steuer nach vorn und zieht davon. Come on! Sidneys Rückstand wird immer größer. Kann er bei den Liegestützen wieder Zeit gut machen? Oh, Mann, ey. What's happened to the ship? I think maybe you touched something. Während Sidney seine Liegestütze macht, rauscht Le Mans-Sieger Manuel bereits über die Ziellinie. Das gibt's doch nicht. Ey, ohne Scheiß. Das gibt's doch nicht. Alter, die ganze Zeit war ich schnell. Und jetzt auf einmal geht das Ding nicht. Das kann doch nicht sein. Lief gut. Klar gewonnen, safe gewonnen. Taugt mal, gut. Was für ein Arsch, ganz ehrlich. Er sagt selber, irgendwas ist mit dem Ding. Frag ihn. Frag ihn. Er hat gesagt, das kann ja nicht sein. Ihr braucht gar nicht zu lachen. Ist möglicherweise ein technischer Defekt schuld an Sidneys Lama-Küste? Turtle Mode. Turtle Mode! Turtle Mode. Ey, ich bin doch nicht bescheuert. Turtle Mode. Ich hatte Turtle Mode drinne, weil ich da drangekommen bin. Da, darauf bin ich gekommen. Weil ich ja halt hier am Bewegen war. Und ich wusste nicht, dass hier so ein Ding drin ist. Und das Zeichen war gerade dran. Und das heißt, eine Schildkröte heißt, deswegen kriecht das Ding in so. Und ich hab gedacht, warum geht das denn nicht? Ich hab selbst verzweifelt. Hä? Technische Fehler. Sorry. Du weißt, wie viele Rennen ich gewonnen hätte? Wie viele Meisterschaften ich gewonnen hätte, wenn ich keinen technischen Gefächt gehabt hätte? Meinst du, hätte einer gesagt, jetzt kriegt der Reuter nochmal eine Chance, der Arme? Ich hab zwei Meisterschaften im letzten Rennen verloren. Wegen so einer Scheiße auf gut Deutsch. Weißt du? This is part of the game. Sorry. Pille-Palle ist das doch. Das ist wie bei Ihnen im Rennwagen. Da kennt er die Taste. Er weiß gar nicht, dass es Tasten gibt. Und aus Versehen, aus Versehen kommt dann so eine Taste. Und er weiß ja gar nicht, dass es die Taste gibt. Und ab einmal ist er langsam. Dann will ich mal Kollege sehen, weißt du? Die Challenge hat er verloren. Und das ist mal klar. Aber wir können gerne jetzt nochmal als Spaß da durchfahren. Mit so einem Turtle-Mode oder nicht. Auch Sydney ist anscheinend noch im Schildkröten-Modus. Aktueller Stand 3 zu 0 für Ex-DTM-Pilot Manuel. Die nächste Challenge, die Wand, the Wall, der Reflex-Test. Und das sind die Spielregeln. Du siehst die Kartons? Äh, äh, kurz fliegt auf die Kartons. So, vorne das Gate, da fangen wir an und starten. Okay. So schnell es geht oder so, wie du dich wohlfühlst, fährst du durch dieses Gate. Gerade. Gerade. Du fährst gerade hier durch. Und jetzt musst du natürlich gucken, kommst du hier lang, mit welcher Geschwindigkeit, dann gehst du hier rum und gehst durch das Tor. Wenn du das verpasst, dann rauchst du da rein und dann fliegen die Dinger. Ist das einfach Gefühl, Intuition. Wenn ich es verreise, dann verreise ich es oder ich baller durch die Wand. Mal gucken. Und die schnellste Zeit von zwei gewinnt. Speed. 50 plus wäre geil. Also ich werde da auf jeden Fall mit 70 oder sowas durchballern. Locker. Also ich weiß nicht, wie der LeMond gewonnen hat, ne? Also, was ist denn da los? Bitte? Ach komm, ich mach. Problem. Man muss wegen der schnellsten Zeit mit Fullspeed durchs Tor heizen. Ist man jedoch zu schnell, kann man nicht mehr ausweichen und man rauscht in die Wand. Entscheidend ist der ideale Einlenkpunkt. Auf den ersten Blick gar nicht schlecht. 2,65. Okay, let's go. Ich stelle dir, die Zeit, die kriege ich da nicht so schnell. Und ich bin mit 70 durchgeballert, übrigens. Ja, das war nicht einfach, weil du konntest da trainieren vor. Das bin ich ja gewöhnt, ein bisschen zu trainieren, um das Gefühl fürs Auto zu kriegen. Manuel im Zugzwang. Kann er Sydneys 2,65 Sekunden schlagen? Alter, kann nicht sein. 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 Was? Ich habe geguckt, wie er durchgefahren ist, durch die zweite Türchen und drück einfach auf Stopp und dann ist es wirklich exakt dieselbe Zeit, das muss ich mir überlegen. Hundertstel genau. Ich hätte jetzt gedacht, okay, 2,64 oder 2,66 oder was auch immer. Exakt dieselbe Zeit. Unglaublich. Unentschieden, ich bin jetzt immer noch vorne mit zwei Punkten. Alles gut. Das Remis sichert Sydney endlich den ersten Punkt. Doch den Abstand zu Manuel kann er nicht verkürzen. Der Dortmunder PS-Profi muss die restlichen beiden Challenges unbedingt gewinnen, um auszugleichen. Dann könnte es ein entscheidendes Finalspiel geben. Aber der Weg dorthin ist noch sehr, sehr, sehr steinig. Geil, wa? Ja. Du, ich habe da eine ganz geile Idee. Ich traue ich nicht. Glaub mir. Ja, aber die Idee wird super. Glaub mir, das wird total flash. Da bin ich mal gespannter. Die Sache ist dir aufgefallen, als wir ausgestiegen sind, ne? Ja. Die Tür, die macht ja einen Sound. So. Plopp. Also die Challenge ist die, dass wir anhand des Geräusches, wenn die Tür schließt, feststellen, was für ein Fahrzeug es sich handelt. Boah, ne. Was zum Scheiß. Ja, was denn? Türzuschlag-Challenge oder was? Ja klar. Rennfahren ist mehr dein Metier und Türzuschlagen vielleicht meins. Und das Ding ist, ich habe mir noch was anderes ausgedacht, als wir hingelaufen sind, und zwar ... Wir halten die Autos sogar selber an. Also du meine, ich deine. Und sagen, hey, pass auf, wir brauchen mal ganz kurz deine Tür. Schlagen sie zu, du hast verbundene Augen und du sagst mir, was für ein Auto. Drei Stück. Ist mir grad so gekommen. Sidney ist bei der Türen-Challenge wahnsinnig im Vorteil. Er macht ja nichts anderes, wie den ganzen Tag Tür auf Tür zu. Und er hat seine Autos kauft und verkauft und umbaut und was. Ich habe ja mit Türen gar nichts am Hut. Bei mir im Rennauto wird die Tür ausgehängt und weg. So, äh, Türen, was ein Scheiß. Barcelona Hauptbahnhof. Rund 30.000 Reisende kommen hier täglich an. Ein fettes Geschäft für Taxifahrer, die alle möglichen Automarken fahren. Hauptsache, die Autos sind schwarz-gelb. So, mein Freund und Kupferstecher. Wie du siehst, sind wir jetzt hier am Hauptbahnhof von Barcelona. Und wo hast du am meisten Autos hier im Stillstand? Das heißt, du hast hier einen Renault, du hast hier einen Volkswagen, du hast einen Seat, du hast einen Skoda. Da kommt ein Zitroen. Und ein Zitroen. Das ist eine Handvoll. Das heißt, für dich ist das... Ja, aber die Jungs sind alle unentspannt. Ja, aber das ist ja genau die Challenge. Wir sprechen die Leute an. Wir müssen sagen, okay, pass auf, wir brauchen da eine Tür für einen Moment. Und dann müssen wir anhand des Zuschlagens hören, was für ein Autos ist. Schwachsinnensidee. Super Idee. Nee, sprichst du Spanisch? Ist doch wurscht. Nee, das ist ein Krampf. Und das ist mal undefiniert. Jetzt kommt ja der Reglement Hans raus. Ja, nein, das ist ja willkürlich. Ja, klar ist es willkürlich. Der jagt dich zum Teufel. Ja, dann musst du den nächsten nehmen. Ja, und wenn ich keinen finde? Es liegt ja darauf, deine soziale Kompetenz und wie charmant du bist. Wie will ich denn mit diesen spanischen Taxifahrern Kompetenz aufbauen, die mich überhaupt nicht verstehen? Das ist gut definiert, das ist Grauzone, die ist zu groß. Und gerade deswegen fängt er an, weil er schon wieder rumholt, weißt du? Ganz typisch Rennfahrer, ganz typisch Rennfahrer. Also, so stell ich mir den Rennfahrer vor, weißt du? Ach nee, das ist ungefähr, da kann ich nicht gewinnen. Nee, 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 da mach ich nicht mit. Guck mal, der lacht schon. Der mag dich. Da guck, der mag dich. Naja, ich weiß schon Bescheid, was du willst. So geht das nicht. Also, ihr merkt schon, ne? Es geht hier weiter, so wie es geendet hat mit dem Segway. Und wo wir gerade dabei sind, ne? Ich zieh mein Joker. Ist mir schon klar. Ich muss! Also, es wird eine harte Nummer werden und ich glaub, das ist Glück. Es geht ja auch nicht nur um die Tür, wie sie gedämmt ist, sondern auch um das Schloss an sich. Das heißt, wir haben ja hier, wenn wir hier einen Skoda, einen Seat und einen Volkswagen haben, die haben ja eh, also, dasselbe Schloss. Das heißt, das ist schon tricky zu hören. Also, von daher ist es eine heikle Nummer, aber ich muss jetzt den Joker setzen. Ich muss den, weil ich muss es aufschließen. Die Taxis sind schwarz-gelb. Sidneys aus Dortmund, das sind die Farben des BVB. Also, Heimspiel für den PS-Profi. Das siehst du doch. Das siehst du doch. Das siehst du doch. Ich seh gar nichts. Ja, ja klar. Also, das hättest du selbst. Ex-Rennfahrer Manuel ist skeptisch, ob er den Tuner in dieser Disziplin schlagen kann. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Thank you. Okay, bist du bereit? Seat. Nein. Falsch. Ein Opel wäre es gewesen. Das fängt ja gut an für Sydney. Zweiter Versuch, ein Toyota. Schon satt, ne? Noch einmal. Toyota. Not bad. Falsch. Richtig. Haha. Der Nächste, ein Dutch-Jahr. Sorry. Nee. Also, hättest du jetzt Renault gesagt, hätte ich durchgehen lassen. Ja, 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 ja. Nur Toyota. Der Dutch-Jahr fand ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also, schwierig. Und dann wird's ja richtig flau, wenn der dich da laufend rumdreht und führt und du halb stolperst. Puh. Aber gut. Drei. Einer hab ich. Einer hab ich. Man muss sich jetzt überlegen, ich muss jetzt zwei erraten. Zwei von dreien. Das ist schon echt fies. Und ich hab auch noch meinen Joker gesetzt. Also, mir geht grad ein bisschen die Düse. Sydney muss jetzt unbedingt liefern, sonst ist er geliefert. Nutzt er seine zehn Jahre PS-Profi als Tuner und Schrauber mit verbundenen Augen Autos zu identifizieren. Hallo, Moment mal. Ich muss da, wo das Schloss ist, sein. Da ist das Schloss. Okay. Das scheppert. Das kann kein deutsches Auto sein, also kann's auch kein Seat, kein Skoda, weil die haben alle dasselbe Schloss. Und die Dämmung ist auch mangelhaft. Also, es kann jetzt ein Franzose sein. Oder... Druck. Die Dämmung, warte. Die Dämmung, die Dämmung war nicht gut. Du musstest kommen. Nicht zu lange nachdenken. Du musstest zuschlagen. Ich hab das dann auch gesagt. Soll ich dir sagen, was das war? Sag's. Weil das war nämlich zu... Weißt du, was es ist? Die Fiat. Ist es? Leck mich nochmal. Ist es? Was ist es denn jetzt? Die Fiat. Warte, die Kappe ab. Noch eine richtige Tür und Sydney hat die Challenge gewonnen. Okay, warte, warte, warte. Okay, warte. Langsam bitte, langsam. Oh, das ist satt. Also, es war... Es war kein deutsches Auto. Also, der war satt. Das ist ein Peugeot. Was ist das? Hätte ich jetzt verkackt, ja? Dann würde es 5 zu 1 heißen. Dann hätte ich ja... Das wäre Katastrophe gewesen. Mein Ego wäre nicht nach Hause gefahren. Das wäre hier in Spanien geblieben. Ist halt sein Business. Muss ich dir wirklich sagen. Da ist er verdammt gut drin. Und wenn und aber, du weißt, er hat gewonnen. Und die Nummer war gut. War ganz klar besser. Fertig. Weißt du, woran du das gehört hast? Du musst den Unterschied machen an den Schlössern. Wie das Schloss schließt. Deswegen habe ich mal gesagt, langsam, langsam. Wie das einhakt. Und die Türdämmung. Wie die Türdämmung ist. Wie die befestigt ist. Jetzt steht es, warte, 4 zu 3. Nein. 4 zu 3? 4 zu 2. Nein. 4 zu 3. Ich habe doppelt... Hallo. Joker gesetzt. Achso. Uh uh. Sydney hat alles richtig gemacht. Joker perfekt eingesetzt und zwei Punkte geholt. Somit steht es nur noch 3 zu 4. Die finale Challenge. Ausgangspunkt ist ein Motorroller-Shop in der City von Barcelona. Eines sei jetzt schon verraten. Es wird eine wilde Jagd. Da sind wir. Wie du siehst. Vespa. Vespa. Und unsere letzte Challenge findet hier statt. Wir müssen eine gewisse Distanz von hier zu Casa Mila. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Gebäude, weil die Architektur sehr besonders ist. Und jeder will hin. Jeder will hin. Jeder will ein Bild haben. Wir auch. Ich zeig dir das Haus. Das ist Casa Mila. Dieses Haus möchten wir fotografieren. Ja. Ich mit dem Roller. Du. 300 PS gegen 3 PS auf dem Roller. Passt gut. Mit dem Cupra. Zeigst ja, wo der Hammer hängt. Wir fahren nicht gegeneinander, weil das wäre zu risky. Okay. Das wäre echt zu gefährlich. Wirklich. Weil wir sind beide Hitzköpfe. Okay, gut. Wir fahren nacheinander. That's it. Hört sich cool an. 3 PS gegen 300 PS. Wenn wir hier in Barcelona auf der Rennstrecke, würde ich sagen, sichere Nummer, habe ich in der Tasche. Aber in Barcelona, alles Einbahnstraßen. Mega Verkehr. Aber gut, ich gebe alles. Schauen wir mal. Damit keiner schummelt, wird die rund 2,5 km lange Strecke exakt festgelegt. Gewinnt Sydney, gibt es ein Entscheidungsspiel. Verliert er, ist Manuel. Neuer Champion. Hier sind wir. Und hier ist lieber Casa Mila. Also im Grunde genommen gerade hoch. Selbst du müsstest das hinkriegen, oder? Ja. Selbst ich. Und das Ding hier denn sogar, weil ich so ein fairer Typ bin, lege ich auch vor. Das Duell. 3 PS gegen 300 PS. Mitten in der Rushhour der spanischen Millionenmetropole. Das Problem ist, mein Navi ist immer in der Tasche. Ich muss halt immer rausnehmen, um zu gucken, wo bin ich, wo muss ich hin. Das kann er direkt machen, weil er hat ja sofort ein Navi, ein großes Navi. Aber er kann die 300 PS nicht nutzen. Ich kann meine 3 PS auf jeden Fall nutzen. Auf zur Startlinie. Der Countdown läuft. Okay. Laut Routenplaner ist die Strecke mit 14 Minuten angegeben. Sydney will es in der halben Zeit schaffen, wenn er gut durchkommt. Meine Fresse ist das hier im Verkehr. Es ist immer schon mal Zeit gespart. Definitiv. Ja, weil gerade der Verkehrschaos da, mit dem Bus und so'n Scheiß, mit dem Auto kommst du dann nicht schnell durch. Aber die Anten gehen mir auf den Sack. Die Straße ist hier freier als gedacht. Das bringt mit drei PS aber nicht viel. Jetzt Gas, 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 Gas. Ey, fuck. Die kann auf jeden Fall seine PS rausholen, ey. Fuck! Geschick ist gefragt. Servus! Maximal 50 kmh fährt der Roller. Und dann das. Plötzlich hat der PS-Profi die Orientierung verloren und kommt von der Route ab. Das kostet richtig Zeit. Eine zu weit gefahren, ich Vollidiot. Ich fahr erstmal und merk dann in einem Kilometer, ich glaub ich bin falsch. So, das ist die Zeit, die ich verliere. Die nächste rote Ampel. Was für eine uncoole Kacke jetzt hier. So, oh Mann ey. Da müssen wir jetzt, wir müssen die Zeit reinholen. Sydney zieht alle Register. Er will die Challenge unbedingt gewinnen. Wenigstens einmal das Duell Vollgas mit Freunden für sich entscheiden. Komm, fahre, fahre, fahre! Warte, 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 warte. Alter, ist das ein lahmarschiges Ding hier. Ich krieg noch einen Fall. Es ist zu lahmarschig, das Ding. Bis jetzt hab ich noch nichts gut gemacht. Sydney ist wieder auf Kurs. Noch 400 Meter bis zur Attraktion von Barcelona. Komm, 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 komm. Vorwärts, vorwärts. Und dann ist er endlich da. Schnell noch das Beweisfoto, dann die Zeit stoppen. Fuck, fuck, wo ist meine Stoppuhr? Und Stopp. 10 Minuten 53, 22. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich hätte mehr Dampf gebraucht. Ich hätte 30 Pace gebraucht. Aber immerhin knapp 3 Minuten schneller, als der Routenplaner angezeigt hat. Eine ganz harte Nuss für Le Mansieger Manuel auf dem Stadtkurs von Barcelona. Ich hab 300 PS gegen 3. Na, hört sich an. Muss der Reuter gewinnen. Aber gut, jeder kennt die Viertel. Verkehr, Barcelona, tricky. Und das auch noch zur Rushhour. Ein Rennen gegen die Zeit quer durch die Stadt. Nächster Start, 300 PS Cobra gegen 3 PS Ola. Wie die Ampel auf grün sprengt, dann geht's los. Zack, Uhr tickt. PS-Profis Vollgas mit Freunden. In der letzten Challenge geht es auf Zeit quer durch Barcelona. Sidneys Uhr stoppt nach der 2,5 km langen Strecke bei knapp 11 Minuten. Jetzt ist Manuel dran. Wenn die Ampel auf grün springt, dann geht's los. Der Ex-Rennfahrer tritt mit dem 300 PS starken Cupra an. Das SUV beschleunigt in 3,5 Sekunden auf 80. Utopie während der Rushhour. Leute, der Verkehr ist der absolute Horror. Da, der blinkt, der fett, der wieder da. Und die Zeit läuft. Über 3 Minuten sind wir schon unterwegs. Und dann fängt es auch noch an zu regnen. Wolkenbruchartig, auch das noch. Das ist mein Wetter. Regenrennen war ich immer gut. Da brauchst du viel Gefühl. Gutes Auge für die Linie, wo das Wasser steht. Da haben wir hier auch schon richtige Bäche. Wir über die Straße laufen. Aber das wird, glaube ich, ein Chaos werden hier. Ob die anderen alle so gut sind im Regen, glaube ich nicht. Ah, jetzt. Aufpassen. Boah, da steht ja das Wasser. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist volle Chaos jetzt. Der Verkehr ist der Horror hier. Boah, da ist Polizei. Nicht, dass die den Ex-LeMond-Gewinner im Visier hat und ihn rauswinkt. Dann hat er die Challenge verloren. 5,30 schon. 1,4 habe ich noch und es ist wieder rot. Ampel Pole Position zur Hälfte der Strecke. Das wird eine verdammt enge Kiste. Jetzt fährt der Roller hier vor mich. Ist der wahnsinnig. Den fahr ich ja strak um. Stadtkurs im Regen ist die Frühlehrquote. Muss null sein, weil du bist sofort in der Wand. Oder wie hier fährst du so einen Rollerfahrer in Barcelona um. Das ist brutal. Der fährt bei Rot los, auch nicht schlecht. 1,5 Kilometer haben wir noch. Aber jetzt sieht man alles hier, Rot, Stau. Ist ja auch eine Wahnsinns-Uhrzeit. Chaos ist pur, nehme ich in Barcelona. Nicht umsonst fahren die hier alle Roller. Also, ich meine, ich bin relativ entspannt hier. Ich sitze im Trocknen, alles gut. Aber jetzt haben wir noch 500 Meter. 500 Meter, stimmt das? 18. Wenn ich wüsste, wie lange der Sydney genau gebraucht hat. Aber wir geben dann auf. Wir haben ja Rotphasen, da fällt dir ja nichts mehr ein. Da stehen wir hier schon 40 Sekunden. 40 Sekunden an der Roten Ampel. Doch dann ist auch er fast am Ziel, den Kasa Mia. Jetzt noch das Zielfoto. Ich bin da. Leute, es fährt doch der Bus vor. Achtung, Achtung, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Aber ich glaube, das wird mir jetzt jeder hier nachsehen. Das ist jetzt hier. Wertvolle Zeit verrennt. Wah! Wahnsinn! Tak, tak, so! Brrrr! So, wo ist jetzt der Hoffmann? Der steht im Regen wahrscheinlich. Du hast einen Muzzle, ne? Ja, ich hab einen Muzzle, ne? Ja, ich hab einen Muzzle, ne? Der Regen, der spielt dir voll in die Karten. Ja, gar nichts! Weil das so verkehrt ist. Ah, jetzt aber. Ist so! Kein Roller mehr, nur Taxis. Doppel so viele Autos. Guck mal, wie leer ist das hier? Ist ja kein Auto mehr unterwegs hier. Guck mal, wie leer die Straßen sind. Gerade war es rappelvoll hier. In der Fußgängerzone. Zeigen wir deine Dinge jetzt. Hier. Was ist das für ein Selfie? Du sollst rausgehen und selten? Ja, hallo. Also, man muss ja wohl draußen sein, um Selfie zu machen. Seht mal, wie entspannt er war. Ich anschlag. Jetzt der Zeitvergleich. Kann Sydney in der Gesamt-Challenge auf 4 zu 4 gleichziehen? Also, ich weiß nicht, das kann so nie gehen. Und außerdem, ich hab ja nicht nur ein Selfie, ich hab zwei Selfies. So, jetzt sag mal deine Zeit, das interessiert mich jetzt. Leck! Ich bin doch ein Regenfahrer. Du hast auch ein Muzzle gehabt. Jetzt hab ich wieder ein Muzzle gehabt. Wenn nix los ist, kannst du auch Gas geben. Wenn die Straßen leer sind, kannst du 300 PS. Wie ist das eigentlich mit? Hat der Kollege hier rote Ampel überfahren? 300 PS haben wir dich gebügelt. Hast du rote Ampel überfahren? Ich war keine rote Ampel. Ich bin exakt nach Verkehrsregeln gefahren. Fakt ist, Sieger ist der 300 PS starke Cupra. Aber immerhin, mit seinem 3 PS Roller ist PS-Pofi Sydney nur eine gute halbe Minute langsamer als Ex-Rennfahrer Manuel. Damit steht das Endergebnis fest. Der Le Mans Champion gewinnt auch diese Challenge und somit das XXL-Duell. Sydney zieht bei Vollgas mit Freunden erneut den Kürzeren. Wir haben die 5. Challenge gewonnen. Damit ganz klar 5 zu 3 gewonnen. Aber ich bin ja fair. Ich bin fair und ich mag ihn. Es gibt der Revanche. Ich habe Achtung vor dem Alter. Genau. Deswegen habe ich ihn gewinnen lassen. Guck mal mal so. Meint ihr das wirklich ernst? Aber war schön, oder? War gut, war gut. War gut, ne? War cool. Und wer weiß, vielleicht sehen die beiden sicher wieder zum Rückkampf PS-Profi gegen Rennfahrer. Vielleicht gelingt Sydney ja dann die Revanche. Meine Fresse, ey! Hier geht es zum neuen Video und hier unten zum Abo. Und vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, sonst verpasst du noch ein Video.